Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoCraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in der Redstone World. Hinter mir befindet sich ein ganz neues Gebäude. Und wenn ihr gestern Abend den Livestream mitverfolgt habt, dann wisst ihr genau worum es hier geht. Und zwar die Fabrik in Minecraft. Eine echte Industrie, eine echte Fabrik in Minecraft. Und es gibt sogar schon die erste funktionierende Maschine hinter diesen Wänden, die ich euch heute gerne zeigen möchte. Ja, die Fabrik funktioniert. Aber erstmal, was genau soll das alles? Die Redstone World kennt ihr ja hoffentlich. Ich hoffe, ihr verfolgt das Projekt. Für die Zuschauer, die es nicht kennen, es gibt ja nochmal die Alles-Zeigen-Folge. Das war die Folge 100, die ihr auf meinem Kanal direkt auf der Startseite findet. So, und die Idee ist jetzt die Folgen. Hier in der Mine werden Güter gefarmt. Und beispielsweise wird in der Mine Eisen generiert, genau. Oder es wird in der Mine Kohle generiert, etc. Und all diese Sachen sollen nun verfrachtet werden. Und das Ganze wird dann getan mit diesem Güterzug hier, der jetzt auch einen offiziellen Namen hat. Und zwar der Gütergyni. Das ist jetzt der Gütergyni. Einfach weil, einfach weil der Name ganz witzig klingt, dass hier vorne ist nämlich der Gütergyni. Der fährt diesen Güterzug. So, und die Items, die dann da drin sind, können wir mal ein kleines Experiment machen. Dann seht ihr mal, wie das funktioniert. Stell dir vor, wir haben jetzt mal verschiedene Holzgattungen gefarmt. Wir werden auch noch später eine Holzfarm bauen. Das wird unweigerlich wichtig werden. Und dafür werde ich wieder Janus konsultieren. Das heißt, in den nächsten Folgen wird Janus wieder dabei sein. Und wie wir es früher dann gemacht haben, ist es wahrscheinlich dann wieder so, dass wir zwei Folgen machen werden. Das heißt, eine Folge bei Janus, eine Folge bei mir. Und das ist dann immer im Wechsel. Das heißt, er wundert euch nicht, dass die nächsten Videos nicht aufeinander folgen. Sondern eben, wie gesagt, einmal bei Janus, einmal bei mir. So, ich nehme nochmal ein bisschen was raus. Ich glaube, acht reichen zur Demonstration. Wie wir jetzt sehen, hier sind unsere Items. Die befinden sich jetzt hier im Farmgebiet. Und die sollen jetzt zur Fabrik gebracht werden. Dazu drücken wir diesen Knopf. Das wird dann später automatisch passieren. Einmal pro Tag oder zweimal pro Tag. Wie wann genau, weiß ich noch nicht. Es wird auch eine feste Abfahrtzeit geben. Und zu dieser festen Abfahrtzeit passiert genau folgendes, wie ihr gerade seht. Der Zug befüllt sich. So, und die Befüllung des Zugs funktioniert jetzt so, dass wirklich alle Slots, wir haben 15 Slots. Hier haben wir 5 Slots, 5 Slots und nochmal 5 Slots. Also insgesamt 15 Slots haben wir, die hier befüllt werden können. Wie wir sehen, zack, das ist schon gemacht. Der Zug ist jetzt befüllt mit allen Sachen, die drin sind. Wunderbar. Zack, alles ist voll. Überall sind nun 8 Sachen drin. Und dann fährt der Güdergyni gleich los. Wir begleiten den Güdergyni, denn wir können auch die Bahn nehmen. Die Bahn, by the way, habe ich nochmal verbessert. Ich zeige euch gleich auch, was ich in der Bahn verbessert habe. Also heute ist quasi nur so ein kleiner Zeigen-Part, weil ich euch gerne zeigen möchte, was es alles Neues gibt. Bauen werden wir dann auf dem nächsten Part wieder. Aber lehnt euch mal zurück. Ich zeige euch heute die coolen Sachen, die es neu gibt. So, der Güdergyni ist losgefahren. Dann fahren wir jetzt hier auch mal schnell mit dem Zug los und begleiten den Güdergyni. Da ist er schon. Zack, wir fahren jetzt neben der Trieblog. Oh Leute, wir können uns da reinsetzen. Das ist nicht beabsichtig, dass man sich da reinsetzen kann. Das muss ich vielleicht nochmal verbessern. So. Ich steige an dieser Stelle mal aus und wir gehen mal hier hoch in die Fabrik. Hier oben sind wir auf einer ganz, ganz wichtigen Etage. Und hier passiert nun folgendes. Der Güterzug kommt an und bleibt hier stehen und fängt nun an, alle Items abzugeben. Das heißt, da sehen wir nun die ganzen Items aus dem Güterzug. So, und hier oben ist die wichtigste Etage. Ich erkläre euch gleich, wie die Fabrik funktioniert, denn da steckt mehr dahinter, als ihr denkt. Diese Etage hier oben ist die höchste Etage in der Fabrik und die ist sehr, sehr, sehr wichtig. So, wenn der Gütergyny dann abgeladen hat, alle Sachen raus sind, wird er nach einer Zeit von alleine dann wieder zurückfahren. Seht, dann geht die Schiene an und der Zug fährt wieder zurück. Diesmal dann tatsächlich als Zug. Vorher war es ja ein Schub. Vorher war die Trieblog hinten. Jetzt ist die Trieblog vorne. Der Zug dreht quasi einmal um und fährt rückwärts zurück. Das können Züge ja auch im echten Leben. Habt ihr vielleicht schon mal gemerkt, so ein Intercity Express, der viele Wagen hat und vorne dann so eine rote Trieblog hat, kann die mal vorne sein oder hinten sein. Also entweder ist es ein Zug oder ein, ich sag ja scherzhaft immer, Schub. So, auf jeden Fall sind die Items hier oben angekommen und jetzt geht's los. Hier oben ist nämlich der Item-Knotenpunkt der Fabrik. Hier oben ist sowohl der sogenannte Import und Export. Import bedeutet Items, und ich kann euch das mal ganz kurz mit orangener Wolle markieren. Also, ich hatte gestern im Livestream mit euch überlegt, wie wir die Fabrik bauen. So, hier oben ist der Import. Das heißt, Items gehen in das Fabrikgelände rein, können aber auch vom Fabrikgelände rausgehen. So, und die ganze Fabrik ist dann in Etagen unterteilt, okay? Das Ganze möchte ich euch mal ganz kurz zeigen, dass ihr es auch wirklich versteht. Ich nehme mal dazu Anvils. Also, hier oben ist Etage Nummer 1. Eine Etage tiefer ist die Etage 2, 3, 4. Also so sind die Etagen durchnummeriert, dass ihr Bescheid wisst. Die Etagen sind nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten nummeriert. So, hier oben, über diese Etage hier oben, gelangen die Items nun in die Fabrik. Und in der Fabrik gibt es einen Item-Kreislauf. Ähnlich wie im CMS, die Items gehen einmal durch alle Etagen im Kreis. Fahren einmal im Kreis. Das ist quasi ein Loop. So, und dann gibt es verschiedene Stationen in der Fabrik, die unterschiedliche Aufgaben haben. Zum Beispiel wird es eine Ofenstation geben und es wird eine Pressstation geben. So, und die Idee ist jetzt folgende. Machen wir es mal andersherum. Machen wir es mal so herum. So, die Ideen folgen jetzt. Angenommen, es kommt nun Kelp in der Fabrik an. Ja, dann wird der hier oben angeliefert. Geht dann hier rein. Geht in diesen Kreislauf. Und geht nun hier herum, hier herum, hier herum. Geht zum Ofen. Der Ofen macht aus dem normalen Kelp Dried Kelp. Dieser Dried Kelp wandert jetzt im Kreislauf weiter. Bis zur Presse. Die Presse macht aus dem Dried Kelp dann Kelp-Blöcke. Und die Kelp-Blöcke dann wandern hier hin und werden dann hier aus der Fabrik rausgeholt. Hier oben beim Export. So, das ist die Fabrik. Das heißt, hier oben kommen die Items an und hier oben werden die Items auch wieder weggenommen aus der Fabrik. Und ab hier unten kommen die ganzen Maschinen herein. So, und das sind die großen Werkhallen. Hier stehen dann ganz viele Maschinen. Und wie ihr seht, eine große Fabrikmaschine haben wir auch schon gebaut. Das ist sozusagen die erste Maschine in der Fabrik. So, wir sehen hier oben, das ist der Item-Loop. Das heißt, hier werden später die Items herumgehen und dann immer von Stockwerk zu Stockwerk wandern. Hier wird dann quasi der Fahrstuhl sein. Also hier werden die Items weiter nach unten gehen. Das Ganze geht hier tief in den Boden rein. So, und das ist die erste Maschine. Ich präsentiere euch meine erste Maschine. Wichtig ist, es werden ja Command-Blöcke verwendet, damit Dinge möglich gemacht werden, die sonst nicht möglich sind. Und das hier ist eine Press-Bearbeitungsmaschine für Kelp. Es kommt Dried Kelp an in der Maschine und dann startet die Maschine ihre Aufgabe. Dried Kelp wird hier hingelegt, wird anschließend zusammengepresst zu Dried Kelp-Blöcken. Der anschließend dann zerkleinert wird und als Dried Kelp-Block rauskommt. Und dann beginnt die Maschine von vorne. Und weil es eine Maschine ist, macht die Maschine das im Akkord. Das heißt, die hört nicht auf zu arbeiten. Die macht die ganze Zeit, die arbeitet auch die ganze Nacht durch. Solange etwas verfügbar ist, also solange hier Kelp drin ist, macht die Maschine. Das heißt, sobald hier in diesem Spender Kelp drin ist, fängt diese Maschine an zu arbeiten und macht die ganze Zeit diese eine Aufgabe. Und zwar Kelp-Blöcke erstellen. Und diese Kelp-Blöcke können dann benutzt werden, um verbrannt zu werden. Normalerweise muss man die craften. Beim Craften benötigt man neunmal Dried Kelp. Bei dieser Maschine haben wir sogar einen gesteigerten Effizienzgrad, denn diese Maschine benötigt nur acht Kelp. Das ist ja auch die Besonderheit bei der Fabrik. So, und diese Items, die wir jetzt hier sehen, gehen dann wieder zurück in den Loop und gehen jetzt weiter zu den... Also der Dried Kelp wird eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, damit ihr Bescheid wisst. Der Dried Kelp ist nämlich der Brennstoff für die Hochöfen. Wir werden nämlich irgendwo eine Schmelze bauen, in der dann Eisen und Gold geschmolzen wird. Und das hier ist, by the way, die Liste der Dinge, die in der Fabrik aktuell hergestellt werden. Wir können das Ganze immer noch dann erweitern, aber diese Dinger möchte ich erstmal in der Fabrik herstellen lassen. Diamant. By the way, haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie man Diamant gewinnen kann. Diamant wird einmal aus der Mine kommen und wir werden folgendes machen. Haltet euch fest, die Idee ist richtig cool. Wir werden noch so eine Pressmaschine bauen und werden Kohleblöcke, Kohle zu Kohleblöcken pressen. Diese Kohleblöcke werden dann weitergeleitet in eine Hammer-Druckmaschine. Weil diese Hammer-Druckmaschine wird dann auch in einer Animation, ihr werdet das richtig sehen, wird ein Amboss immer und immer und immer wieder auf den Kohleblock gehauen. Und ich glaube nach 5, 6 Mal bearbeiten ist es dann soweit. Nach 5, 6 Mal bearbeiten, zack, ist aus dem Kohleblock ein Diamant geworden. Denn man kann ja, wenn man genug Druck gibt, aus Kohle Diamant pressen. So, das ist so meine kleine Idee gewesen, die wir hier haben. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Wir sehen jetzt die ganze Fabrik auch hier. Ich muss mal ganz kurz niesen, Entschuldigung. Entschuldigung. Gesundheit. Ah, ja, ja. So, und mit dem Diamant werden wir dann Tools machen. Ich habe so ein bisschen überlegt, wollen wir auch Rüstung machen? Nein, Rüstung möchte ich gerne nicht hier machen. Hallo, komme ich mal wieder zurück. Rüstung soll es nicht in der Fabrik geben. Es soll Tools geben. Das heißt, wir werden wirklich diese ganzen Tools herstellen mit Diamant. Mit Gold werden wir in der Fabrik eine Uhr herstellen und goldene Äpfel herstellen. Die goldenen Äpfel werden dann später in einer kleinen Hexenhütte noch weiterverarbeitet und werden zu Enchanted Golden Apples gemacht. Also wirklich die besten goldenen Äpfel, die es gibt und zwar die Dinger hier, die Notch Apples, die werden wir herstellen. Dann werden wir Eisen benutzen, um damit Rüstung herzustellen. Mit dem Eisen werden wir Chainmails herstellen. Und ich stelle mir das gerade richtig cool vor, da werden wir ein Fließband bauen. Ein echtes Fließband in Minecraft, Leute. Wenn es einer möglich macht, dann ich. Auf dem Fließband wird dann dieses Ding hier wirklich laufen und dann zu einer Stanzmaschine kommen. Und die Stanzmaschine stanzt es dann zu dem hier. So, dann werden wir noch Bögen, verschiedene Bögen bauen. Armbrust und Bogen und Pfeile werden hier konstruiert und Schilder werden konstruiert. Glasflaschen konstruiert und wir konstruieren Kompass. Damit das alles geht, werden wir natürlich auch noch in der Mine weiterhin Sand abbauen. Wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht noch woanders ein paar Ressourcen gewinnen. Es soll noch eine Holzfarm geben, denn Holz wird ja auch in der Fabrik benötigt. Das Holz wird von woanders angelagert. Also dieser Zug hier, der Günnis Güter Express hier, der bringt jetzt erstmal nur die Sache aus der Mine hier hin. Also das sind wirklich die Sachen, die aus der Mine kommen. Wir werden noch weitere Farmen bauen, die für die Fabrik notwendig sind. Ihr seht ja, allein bei diesem Prozess benötigen wir, wir brauchen Redstone für solche Sachen und solche Sachen. Ich ändere die Crafting-Rezepte. Wir brauchen noch Holz auf jeden Fall, wegen Stöcker dafür und Planken etc. Also wir brauchen eine Holzfarm. Da werde ich auch nochmal mir was überlegen, wie man eine Holzfarm bauen kann. Da habe ich ein paar Ideen, habe ich schon, wie man das hinkriegen kann. Und zwar auch mit Comanblöcken natürlich, aber das kriegen wir hin. So, wir werden eine automatische Holzfarm bauen und wir werden irgendwie Glas gewinnen müssen. Das heißt, wir müssen irgendwie ein Sandvorkommen bauen. Die Frage ist, wie können wir Sandfarm? Wir können natürlich einfach einen großen Steinbruch machen. Wir können, theoretisch könnten wir sagen, wir machen irgendwo einen großen Steinbruch. Außerhalb der Redstone World. Und da wird dann quasi Stein und sonstiges gefarmt. Aber ich fände es natürlich cool, wenn man den Sand auch noch anders herstellen kann. Habt ihr eine Idee, wie man Sand gewinnen kann? Natürlich jetzt nicht mit einem Duplikator, sondern jetzt realistisch gesehen. Wie könnten wir realistisch Sand fördern? Sand könnten wir theoretisch anliefern lassen. Also wir könnten auch Import betreiben am Hafen, dass da quasi ein Schiff kommt. Und das Schiff bringt dann die Sachen zur Fabrik hin. So, und was machen wir jetzt mit den ganzen Sachen? Nutzen wir die? Nö. Wir können die nutzen. Das heißt, es wird im Hafen, werde ich wahrscheinlich, der Hafen ist ja Handelskammer. Deshalb werde ich wahrscheinlich nochmal alle Wildscher aus dem Hafen verbannen. Aktuell wohnen ja ganz viele Dörflein im Hafen. Im Hafen wird eine Handelskammer eingeführt. Das heißt, hier werden auch große Läden erzeugt. Ich werde dieses hier umbauen zu einem großen Shopping Mall. Und in dieser Shopping Mall kann man sich dann eben diese Items kaufen, die hier in der Fabrik hergestellt werden. Alle Items, die in der Fabrik hergestellt werden, kann man sich da kaufen. Und, ähm, ja, wenn man sich nichts verkauft, wird der Rest verkauft über den Hafen. Hier im Hafen werden dann die Items hingeliefert. Und pro Item gibt es dann einen Lohn in Form von Red Bits und Red Bytes, die dann auf das große Konto fließen. Das heißt, am Ende, hier in der Bank, kommt alles an. Das heißt, die gesamte Arbeit, die getätigt wird, läuft hier in der Bank zusammen in Form von Geld, das uns hier in der Redstone World zur Verfügung steht. Und wir werden auch einen Zähler haben, dass man sieht, dass es immer und immer mehr Geld wird. Und wenn ihr natürlich dann irgendeine Produktion stoppt, beispielsweise ihr schaltet die Mine aus, dann geht das in der Kettenreaktion durch und am Ende habt ihr kein Geld mehr. Hui! Das ist Wirtschaft. Und genau das wird es in der Redstone World geben. Deshalb, seid gespannt auf die nächsten Folgen. In der nächsten Folge haben wir, glaube ich, sogar wieder Janos dabei. Und ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Macht's gut, bis bald und ciao.